Wie geht es mit dem Trainergäuern? Enzo Marchese ist ja sehr oft im Trainingsbüro und beteiligt sich an sehr wichtigen Gesprächen. Wir haben jetzt auch die Entscheidung getroffen, also die Intensität für ihn persönlich noch nach oben zu schrauben, um ihn so schnell wie möglich an die Mannschaft zu führen. Ich denke, dass wir, wenn man es gesehen hat, beim VfR Aalen schon in der ersten Halbzeit vor allem über die Außenbahnen durchgebrochen sind mit zahlreichen Flanken von Baumi und Tobias Bachonik, aber auch Fabio Leutnecker, aber dann in der Box selbst hatten wir einfach ein oder zwei Abnehmer. Also wenn wir einfach noch mutiger, noch mutiger in die Box nach vorne durchlaufen und somit von zwei auf fünf Spieler die Anzahl erhöhen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Spieler von uns dann auch zum Abschluss kommt und das ist auch wichtig. Wir waren mutig, wir haben das Ding kontrolliert, wir haben aber nicht die hundertprozentigen Torchancen kreiert, weil auch die Steckpässe, die wir auch sehen wollten durch das Zentrum auf dem Peter, immer wieder ein Bein dazwischen gebracht wurden. Meine Aufgabe ist ja, die Jungs dann auch auf die Spieler einzustellen und dann auch dafür zu sorgen, dass auch positive Grundstimmung herrscht, dass wir einfach zielgerichtet uns Richtung Rostock bewegen, dass wir einfach Kräfte bündeln. Wir werden am Samstag auch genug Kraft auf dem Platz haben, um das Spiel zu gewinnen und der Glaube ist immer da, der Glaube ist unzerbrechlich und wir arbeiten gut und wenn wir jetzt auch, wie gesagt, das auf dem Platz bekommen gegen Rostock, dann sieht es gut aus. Das freut uns, das macht uns noch mehr Mut, das wird uns, denke ich, auch zusammenschweißen. Das wird auch dieses Gefühl noch größer werden lassen und wir wünschen uns alle einfach so sehr das Erfolgserlebnis, dass das einfach wirklich dann auch die Unbekümmertheit wächst, wachsen lässt, die Kräfte freisetzt, den Glauben ineinander erhöht, also einfach das Ding erzwingen. Und wieder um righteousness, das wird uns auch immer zum Beispiel im Zau Михadilst. Bis zum nächsten Mal! Der